Trotz Aktienhoss ist die Zahl der Aktionäre im vergangenen Jahr erneut gesunken. Laut einer aktuellen Erhebung des Deutschen Aktieninstituts waren im Jahr 2014 rund 500.000 Bundesbürger weniger in Aktien investiert als noch im Vorjahr. Das DAI spricht in diesem Zusammenhang von einem alarmierenden Ergebnis. Was an diesem Ergebnis so alarmierend ist, das wollen wir heute wissen von Dr. Gerrit Fay, eben vom Deutschen Aktieninstitut. Und ich gebe die Frage direkt weiter. Was ist denn so alarmierend an diesem Ergebnis, Herr Fay? Ja, zunächst einmal ist alarmierend, dass die Deutschen, wie Sie schon sagten, immer stärker auf die Aktie als Anlageinstrument und damit auch den Aktienfonds als Anlageinstrument verzichten. Das ist einmal im kurzfristigen Trend, was Sie gesagt haben, aber natürlich gerade auch im langfristigen. Wir haben seit 2001 rund jeden zweiten Aktionär, ehemaligen Aktionär verloren und stehen heute bei gerade mal 8,4 Millionen Bundesbürgern, die noch Aktien und Aktienfonds halten. Das ist mal so, Pi mal Daumen, jeder achte Bundesbürger. Da sind andere Länder weit vor uns und das gilt es zu ändern. Weshalb sind die Deutschen mittlerweile solche Aktienmuffel? Oder anders gefragt, warum ziehen sich immer mehr Deutsche aus Aktieninvestments zurück? Ja, für die kurzfristige Entwicklung fällt es immer etwas schwer, Erklärungen zu finden. Da kann eine Rolle gespielt haben, dass natürlich die Unsicherheit an den Märkten im letzten Jahr nicht gerade klein war. Stichwort Griechenland-Krise, Stichwort Ukraine-Krise. Möglicherweise hat auch der ein oder andere die hohen Kursniveaus genutzt, um sein Aktienengagement auszusteigen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusteigen. Das erklärt aber letztendlich nicht das Niveau, was ja sehr niedrig ist. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge anderer Punkte. Das hat auch sehr viel mit politischen Rahmenbedingungen zu tun. Die Deutschen haben es halt nie gelernt, mit der Aktie umzugehen. Und die Politik macht es ihnen durch steuerliche Hindernisse, durch Schwierigkeiten in der Bankberatung, durch falsche Signale, wie jetzt die Finanztransaktionssteuer, auch schwer an die Aktie zu glauben. Und es fehlt einfach an politischen Fürsprechern. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Welche Folgen ergeben sich nun aus einer weiter nachlassenden Aktienkultur? Was ist da schlimm daran? Ja, letztendlich verschenken die Menschen viel Geld. Also wir haben ein kleines Gedankenexperiment gemacht. Wir haben einfach mal so getan, als hätten die Leute seit 2001, das war der derzeitige Höchststand oder der ehemalige Höchststand der Aktionärszahlen bis heute, haben wir mal so getan, als hätten die Menschen jeden vierten Euro, den sie Jahr für Jahr Banken in Form von Girokonten, Tagesgeldern oder Termingeldern zur Verfügung stellen, in die Aktie gesteckt. Und hätten sie das getan, das ist ja nicht sehr viel, nur gerade mal ein Viertel dessen, was in Banksparen fließt, dann wären sie heute 100 Milliarden Euro reicher, die Deutschen, was schon ein ordentlicher Betrag ist. Und um Ihnen mal einen Vergleich zu geben, was das bedeutet, das sind pro Haushalt 2600 Euro immerhin. Und von 2600 Euro kann man zwei bis drei Jahre lang tanken. Das ist etwa das, was die Menschen zwei bis drei Jahre lang für Benzin ihre Autos ausgeben. Was muss sich nun letzten Endes ändern? Wie kann eine Revitalisierung der Aktienkultur in Deutschland gelingen? Ja, ich hatte es ja schon angedeutet. Ich glaube, man muss an den langfristigen Ursachen ansetzen. Und da kann ich nur die Stichworte aufgreifen von eben. Letztendlich ist auch die Politik gefragt, mit geeigneten Rahmenbedingungen etwas zu tun. Man könnte an der steuerlichen Diskriminierung der Aktienanlage ansetzen, indem man da etwas tut. Man könnte die Mitarbeiterbeteiligung fördern etwas stärker, als man es in Deutschland tut. Auch etwas entrümpeln, was die Bürokratie angeht. Man könnte es den Banken etwas leichter machen, auch aktiv in Aktien und Aktienfonds zu beraten, indem die Risiken, die damit einhergehen und der Papierkram etwas reduziert wird. Man könnte zuallererst mal die Finanztransaktionssteuer lassen, weil das ist ein fatales Signal an die Wähler und an die Aktionäre, sozusagen hier wieder eine zusätzliche steuerliche Belastung an ein Instrument zu knüpfen, was nachweislich eine hohe Rendite bringt und damit auch für die Altersvorsorge unverzichtbar ist. Und zu guter Letzt, glaube ich, müssen wir in Deutschland mehr für ökonomische Bildung tun. Und da ist ja der Brand-Baden-Württemberg hier durchaus ein Vorreiter. Wir müssen flächendeckend Wirtschaft in die Schule bringen, damit die Menschen verstehen, was ihnen entgeht, wenn sie auf die Aktie verzichten und wie sie die Aktie sinnvoll in einem Gesamtportfolio einsetzen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, das ist ein durchaus großes Projekt, aber es gibt eine Menge Ansatzpunkte und dann kann man auch die Aktienkultur wieder revitalisieren, wie Sie es nennen. Dr. Gerrit Fay vom Deutschen Aktieninstitut, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.